Morgen macht sich Dominik auf den Weg zum Sportladen. Zur Stärkung gönnt sie sich ein paar Donuts. Schließlich braucht man viel Kraft und Energie beim Shoppen. Ich hab vor, ein bisschen Sport zu machen. Wollte halt was abnehmen. Aber das ist aber toll. Kann man das irgendwie verlängern? Wozu verlängern, bitte? Ja, so vom Sofa bis zum Kühlschrank wäre das ganz praktisch. Das war bei der Hünder nicht ihr Ernst.